Hallo und herzlich willkommen Freunde der gepflegten Bierunterhaltung zu diesem neuen Bierverkostungsvideo. Heute haben wir das St. Peter's Whiskybier. Ja und zwar kein Bier das in Whiskyfässern gelagert wurde, wie man es vielleicht schon mal gesehen hat, sondern nein, das ist tatsächlich Bier mit Whisky, mit schottischem Whisky vermischt. Ich weiß nicht in welchem Verhältnis, aber es kann nicht sonderlich viel Whisky sein, der hier drin ist, denn mit 4,8 Volumsprozent ist das Ganze eher etwas leicht. Ich weiß nicht, ob sie das irgendwie mit Wasser versetzt haben, aber auf jeden Fall ist es eine ziemlich coole Flasche. Also das gefällt mir an und für sich schon mal ziemlich gut. Auf jeden Fall, was ich lustig finde, diese Rabe oder was auch immer das darstellen soll hier vorn drauf. Es kommt mir fast ein bisschen verspielt vor für ein Whiskybier, aber hey. Falls jemand von euch den Whiskylager Wulin kennt, ungefähr so riecht das. Wer den Whisky schon mal getrunken hat, der weiß genau, was ich meine. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Ja, es riecht sehr, sehr rauchig, sehr, sehr torfig, wie man sich so einen richtig kräftigen schottischen Whisky vorstellt. Muss nicht unbedingt jeder mögen. Ich persönlich mag Whisky. Ich mag rauchige Whiskys lieber wie so dieses süßliche teilweise, aber ja, jeden seine Vorlieben. Auf jeden Fall sieht es recht cool aus. Also so rein von der Optik her, Schaumkrone, ganz okay. Aber ich würde mal sagen, wir lassen uns hier mal nicht lang lumpen. Weg den Hund, mach halt es mal und trinke einfach. Prost. Es schmeckt genauso wie es riecht. Es würde man einfach in so einen richtig großen Haufen Torf reinbeißen. Also so eine extrem torfige, malzige Note. Sehr, sehr rauchig. Und wenn ich meine sehr, dann meine ich sehr, sehr, sehr. Und wenn ich sage Lager Wulin, dann meine ich, ja, Lager Wulin. Genauso in der Art schmeckt das Ganze. Das Bier geht schon fast ein bisschen unter bei dem. Aber das ist einfach so richtig rauchiger, torfiger Whisky-Uppercut in die Fresse rein. Und dann merkt man vielleicht im Abgang vielleicht ein bisschen was vom Bier. Nicht, dass es schlecht wäre an und für sich. Aber man muss halt wissen, was man mag. Also wenn man so nicht der Freund von solchen sehr, sehr rauchig, torfig, malzigen Whisky-Noten ist, dann ist man hier definitiv falsch. Aber ich muss sagen, auf den ersten Schluck ist das mit dem Whisky-Bier nicht nicht zu viel versprochen worden. Das gefällt mir schon mal recht gut an und für sich. Es ist einigermaßen herb auch. Also es ist so, wir hatten ja mal diesen Geselchten von Rottauna, glaube ich war es. Generell diese Rauchbiere, so in der Art hat es was davon. Ja, nur wie gesagt, eben extrem torfig in Noten. Wirklich, wirklich, wirklich stark ausgeprägt. Jetzt ein bisschen auf den zweiten Schluck merkt man auch ein bisschen mehr das Bier. Aber das Bier, wie gesagt, geht hier stark unter anderem für sich. Ich sage mal so, wer gern Whisky trinkt, der ist mit dem Bier hier relativ gut bedient. Ich meine, außer ihr trinkt nur, keine Ahnung, Four Roses oder Jim Beam, aber dann seid ihr für mich kein Whisky-Trinker. Es ist ein recht erlesener Geschmack, sage ich es jetzt mal. Ich persönlich finde es nicht schlecht, wobei ich aber glaube, dass so ein halber Liter von dem irgendwann, dann reicht es auch mal, sage ich mal. Das Problem ist ein bisschen, ich habe die Befürchtung, dass sich dieses rauchig-torfige mit der Zeit akkumuliert und immer herber auch wird im Abgang. Ich merke, wie mir diese herben Noten hier in der Kehle stecken bleiben. Der Nachgeschmack ist jetzt nicht so extrem ausgeprägt. Im Nachgeschmack schmeckt es eher mehr nach Bier, lustigerweise, aber man merkt halt trotzdem dieses rauchig-torfige ein bisschen mitschwingen. Es wird ein bisschen herber und ich glaube, wenn das eine Temperatur gewinnt, wird das ein relativ herbes Bier. Am Anfang merkt man es nicht so stark, weil eben diese anderen Noten das ein bisschen überdecken, aber es ist schon, ich würde sagen, es ist ein sehr erlesener Geschmack und ich würde auch sagen, das ist was, was man definitiv im Gentleman's Club zu einer guten Zigarre genießen kann. Also das würde ich schon ganz gut passend finden. Ansonsten, ja, vielleicht einfach ein Glas Wasser dazu trinken, dass man ein bisschen den Mund frei kriegt oder vielleicht einfach mal ein gutes, ein gutes T-Bone-Steak dazu. Wobei, für ein T-Bone-Steak hat mir das fast ein bisschen zu viel Eigengeschmack. Aber was immer eure Vorlieben sind. Also ich glaube, dass das zu gewissen Speisen sehr, sehr gut passen würde. Ein Tipp von mir, lasst jeden Schluck ein bisschen absitzen und wie gesagt, trinkt wirklich ein bisschen Wasser dazwischen, weil ansonsten habt ihr wirklich das Gefühl, ihr sitzt gerade über dem guten Weber Kugelgrill und macht den Mund direkt über dem Rauchabzug auf. Wird immer herber, wird teilweise ein bisschen unangenehm, ja, fast schon. Und das Herbe bleibt sehr, sehr lang anhalten zurück. Da hat sich auch nichts geändert dran. Es ist, ich würde sagen, das ist ein Bier, das man als, wie gesagt, rauchiger, torfiger Whiskey-Liebhaber auf jeden Fall mal probieren sollte. Ich würde euch empfehlen, teilt euch die Flasche hier vielleicht mit zwei, drei anderen Leuten. Dann dürfte das ganz, ein ganz schönes Erlebnis sein. So zu dritt mit einer Zigarre irgendwie im, was weiß ich, an dem lauen Sommertag, was auch immer ihr macht. Aber einfach so nebenher, ist jetzt kein Bier, was ich wirklich als Genuss trinken würde persönlich, obwohl mich der Geschmack schon irgendwie interessiert. Also ich habe ja kein Problem mit rauchigen, torfigen Noten. Aber ich glaube, es bleibt einfach so lange anhaltend und es ist, je wärmer das es wird, es tut dem Bier auch nicht sonderlich gut. Ich würde es mir jetzt nicht zwingend nochmal holen, bin ich ganz ehrlich. Aber es ist definitiv ein interessanter Geschmack. Also ich kann das durchaus wertschätzen, dass man sowas als Bier umsetzt mit so einem Geschmack. Finde ich cool, finde ich cool. Aber halt leider, wie gesagt, ein bisschen zu intensiv für mich persönlich. Aber definitiv auch mal was, was man mal kosten kann. Und es liefert das, was es verspricht. Es liefert ein eindeutig rauchiges Whiskey-Bier hier ab. Also wie gesagt, mein Ratschlag steht, wenn ihr das trinkt, holt euch zwei, drei Freunde, genießt das in der Gruppe, raucht die Zigarre dazu und dann seid ihr definitiv gut aufgehoben. Und mit diesen weiteren Worten bis zum nächsten Video. Tschüss, Aruvidera, tschüss und gut. Bye.